Also René, mal ohne Scheiß, wie oft haben wir diese verkackte Coldwind-Farm? Ich kann sie nicht mehr sehen, die Coldwind-Farm. Damit herzlich willkommen zurück zu einer Folge DVD. Auf der Coldwind-Farm? Ja, auf der kack Coldwind-Farm. Und ich spiele immer noch Laurie, das wollte ich... Oh, wir sehen die Nurse. Ich mag diesen Killer, aber nicht als Gegner. Ja, vor allem nicht, wenn sie direkt bei mir ist. Anadrophobia. Macht uns langsamer, also beim Handlungen ausführen. Für die, die es nicht kennen. Mal gucken, ob der Killer was drauf hat. Bin gespannt. Ja, bei jedem Teleport auf jeden Fall ein Hit. Naja, bei jedem. Ja, ich hab... Sie hat sich nur zwei mitteilportiert. Und er liegt. Und er ist Hit. Oh ja, siehste? Offensichtlich kann sie, was? Thanatophobia fickt grad mein Leben. Boah, dauert das lange, ey. Ey, ich glaub, die hat Pirscher drin, nicht so lange, wie sie ihn liegen lässt. Ja klar, logisch. Typischer Nurse-Bild. Tanatophobia-Pirscher, Nurse-Calling und, äh... Ja, Iron-Grip vielleicht. Okay, sie kommt nicht angerauscht. Ich dachte eigentlich. Äh, wo bist du? Okay. Ich hab ihn. Kollege, Ansagen, Kommunikation. Ja, sorry, ich war grad voll in the zone. Jetzt laufe ich einmal quer über die Map, dass ich einen ruhigen Generator machen kann. Und wir stehen immer noch in der Thanatophobia. Oh, hallo. Ich hab scheinbar den richtigen Generator ausgrillt. Offenbar, ja. Hallo. Hallo, I-Bims. Ein Klo dead. Hä, hä. Oh Gott, ey. Ich glaube, er hatte vor, sie zu blockieren. Damit er mehr Zeit zum Beginn hat. Äh, wir machen so lange die Generatoren. Oder ich mache so lange die Generatoren. Wow. Hast du den Generator fertig? Nein. Sie ist nämlich hier. Und sie weiß, dass sie im Generator... Fertig, Digga. Sie weiß, ich bin am Generator. Okay, jetzt hab ich einen Fehler gemacht. Weil jetzt hat sie mich gesehen. Sehr gut, Digga. Mist, ich bin am Ende. Ah, ich bin am Ende. Fuck. Schlampiger Schlachter. Ich blute. Oh Gott Oh Gott Mami Hilf mir Okay, hier ist noch ein Generator Schon eine ganz schöne Bitch Okay, ich war zu weit weg Für den Nurse Calling, glaube ich Ja Hilfst du hier? Ja Okay Boah, dieses Thanatophobia geht mir so auf die Eier Der ist tot, wenn er hängt Wir sind wie Brüder Oh, ach komm jetzt Ehrlich? Boah, das ist aber schwach Sehr schwach Okay, immerhin ist Thanatophobia weg Ja, das ist das einzig Gute Magst du den Generator, der da hinten noch war? Äh, geht gerade nicht Die geistert hier rum, die Schlampe Ha, die geistert hier rum Aha Ah Ah Port, ähnlich sí, 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 von Generator zu Generator ja, ne? Nee, ich glaube nicht. Also die ist jetzt einfach weg. Mach halt weiter. Alter, es... Diese Lags. Ich bin ein bisschen überrascht, dass ich vorhin... ...davon gekommen bin. Ich überrascht? Nee, ich bin überrascht, dass ich... Ach so. ...fliehen konnte vorhin. Ich glaube, sie hat... Ja, es hat mich einfach in Ruhe gelassen. Ich dachte kurz, ich habe die Luke gesehen, aber nein. Ich bin jetzt wieder an dem Generator Renier, an dem wir waren. Wo bist du? Ich bin auf der anderen Seite. Wow. Hä? Ach, sie hat ihn verloren. Magst du gerade einen Generator? Nee, ich kann gerade nicht. Sie ist hier. Okay, dann habe ich den hier auch gleich fertig. Sehr gut. Nein, er fehlt trotzdem noch. Ja, ja, wir sind hier an einem Brand. Der ist schon halt fertig. Ich habe meinen Strike sogar noch. Ich habe ihn auch in der letzten Folge gar nicht gezeigt, weil es dazu gar nicht kam. Hat sie mich gesehen? Okay, offenbar. Na, sie hat mich... Verdammt. René, jetzt wäre es geil, wenn der Generator anginge, weil ich habe nämlich Adrenalin. Bug. Was heißt fuck? Bug heißt... Okay, sie hat nicht mich gesehen. Gut. Ich halte mich und komme zu dir. Jetzt könntest du mich sehen mit Nurse Calling. Okay. Zu spät. Ich bin schon fertig. Sie lässt ihn auch liegen und kommt zurück zu dir. Oh, fuck. Ja, nice place. Hast du Adrenalin drin? Ja, nein. Aber ich kann mich selber heilen. Sie kommt wieder zurück. Der Generator, wo er liegt, da ist einer fast fertig. Ja, ich sehe ihn. Okay. Aber sie hat es gecheckt und kam sofort wieder zurück. Denk dran, Nurse Calling, ne? Vorsicht. Ja, ich bin, denke ich, weit genug weg. Oh, Tannethophobie. Oder auch nicht. Oh, fuck. Oh, war das dumm. Oh, mich gibt's ja auf. Kommt direkt auf dich zu. Ey, läuft jetzt vorbei zum anderen. Okay. Willst du mir helfen? Ja, ich will dir helfen. Aber nicht bevor ein Ausgang offen ist. Ach so, okay. Ja, das bringt mir nichts, wenn ich die Linie Zeit benutze und dann sind die Ausgänge zu. Ja, das bringt mir aber auch nichts, wenn der Ausgang so weit weg ist, dass du fünf Kilometer laufen musst. Die wird jetzt warten. Du läufst schon wieder die ganze Map? Ja, ich such den Ausgang, da ist er. Ja, dann mach ihn halt jetzt auch erst auf. Ja, sie wird sich gleich herporten. Logischerweise. Du kannst, der hättest ja auch eher zu mir kommen können. Gelin, die Zeit hat wieder nicht funktioniert. Das war doch der Terrorradius auf jeden Fall. Okay, René, ich mach auf. Oh nein. Toppen. Ja, geh raus. Hab ich eh verloren. Ach man, das nervt mich. Völlig unnötig wieder. Sie lässt sich liegen. Ja, weil sie zum anderen geht. Nein. Geh raus einfach. Nein, ich werde nicht einfach so gehen. Ich sterbe, wenn ich am Haken hänge. Ich möchte es dir jetzt nicht sagen, aber weil du nicht so lange gewartet hast. Das stimmt nicht. Oh, 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 hast du Glück gehabt. Gehst du zum anderen wieder? Ich will dich ja nicht erst abhängen, wenn die Lieder Zeit regelt. Ja, ist er. Ja, dann mach einfach auf. Mach, 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 mach. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das überlebe. Ich bin bei dir, Bro. Hier, Punkte. Sie wird sich reinporten und uns hitten. Wetten wir? Nein. Das kann die. Lauf. Okay. Scheißegal. René. Ey. Der wird dicke Eier hatten er. Jetzt wäre ich fast vor dem Stuhl gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen. Moment, ich gucke mir das Perkst noch an. Ja, das ist cool. Siehst du, Iron Group, ich habe es gesagt. Naja, siehst du ja, wenn der Balken beim Wigglen rot ist. Ich hatte gar keinen Wigglen. Ich habe wieder nicht den Strike gezeigt. Och, Mensch. Vielen Dank fürs Zusehen, hat er. Ciao. Ciao.